Hallo Herr Katze, ja? Ich verstehe Sie gar nicht, Sie sind ganz leise. Sie sind der Herr Katze. Ich höre Sie nicht. Sie haben doch geredet. Ich kann Sie nicht hören. Sie sind sehr leise. Zwei Tage haben wir geredet. Wer ist da dran? Dennis Kaminski. Vielleicht. Ich weiß, weißt du wann? Wenn der Weihnachtsmann kommt, bestimmt dann machst du die Einzahlung, oder? Das kann sein, ja. Ja. Hallo, guten Tag. Ich spreche mit einer Katze. Ja. Thomas, kalt mein Name. Bisschen lauter. Herr Katze, haben Sie die Aufnahme genommen, oder? Zu leise, immer noch. Ich kann nicht schreien. Na ja, dann hört aber auch keiner was. Okay, aber Sie halten sich nicht auf Deutsch wie Gesetz. Sie reden so vernünftig, verstehen Sie? Sie wollen etwas herausfinden, Sie wollen nur, dass ich rede. Sie wollen Sie nicht, oder? Wir haben ja schon rausgefunden, eure Rufnummer ist nicht rückrufbar. Das ist schon illegal. Also wir haben schon zwei Punkte, die illegal sind. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch eine kleine Konkurrenz zum Wilzenwirt gebracht, der, tja, auch hier mehrmals versucht anzurufen. Zwei Gespräche von ihm habe ich euch hier heute in dieses Video gepackt. Ich wünsche euch viel Spaß, ja, mit diesem neuen Betrüger. Hallo. Hallo, Herr Katze, ja. Ich verstehe Sie gar nicht, Sie sind ganz leise. Sie sind der Herr Katze. Ich höre Sie nicht. Ich kann Sie nicht hören. Sie sind sehr leise. Zwei Tage haben wir geredet. Wer ist da dran? Dennis Kaminski. Ja, und wen möchten Sie sprechen? Der Herr Katze, sind Sie das, oder? Ah ja, der Herr kleine Katze, ja. Der Herr kleine Katze, wieso haben Sie so einen Namen? Meine Katze. Ja, wieso nicht? Was lachen Sie über meinen Namen? Finden Sie den witzig? Katze. Wissen Sie, was Katze bedeutet? Ja. Ja. Okay. Herr Katze, Sie haben Interesse gezeigt in Kryptowährung und Sie haben Freitag geredet. Ja, aber Sie müssen lauter sprechen. Ich höre Sie fast gar nicht am Telefon. Wollen Sie, dass ich schreie, oder? Oder wie ist das hier? Ich möchte eine Lautstärke haben, dass ich Sie auch höre. Okay, machen Sie laut bei Ihnen und dann hören Sie mich. Ja? Ich kann nicht hier schreien. Ich habe viele Kunden, viele Mitarbeiter hier. Ja, aber in einem vernünftigen, ausgestatteten Callcenter hat man Mikrofone, wo man auch was einstellen kann. Wie meinst du das mit Callcenter? Na ja, dass man am Mikrofon das einstellen kann, die Lautstärke. Aber wir sehen keine Callcenter, Herr Katze. Verstehst du? Aha, und wer ruft mich denn an? Ja, du, Dennis Kaminski, ich melde mich vom GS4-Trade. Tja, also mich ruft ein angeblicher Accountmanager an und er sitzt angeblich nicht in einem Callcenter. Naja, die Definition von einem Accountmanager ist zu Deutsch Callcenter-Mitarbeiter. Mehr nicht. Und der will mir jetzt sagen, er ruft nicht aus einem Callcenter an? Tja, also so langsam werden die Betrüger echt ein bisschen komisch. Man darf sie nicht Betrüger nennen, man darf sie nicht Abzocker nennen und im Callcenter sitzen sie auch nicht. Ja, und was machen die da jetzt eigentlich genau? Ich meine, die rufen mich ja an. Also, wer ruft denn euch sonst an? Eigentlich nur Callcenter. Wir sind ein Unternehmen, eine Firma, okay? Ja, aber klingt nach Callcenter, weil wer ruft sonst an? Weil wenn du zum Beispiel so denkst, dann denkst du so. Und ich bin also halb Italiener, halb Deutscher. Hast du da was ein Problem irgendwo oder wie ist das hier? Nö, was hat denn das damit zu tun, dass du in einem Callcenter arbeitest? Wüsste ich jetzt nicht. Ja, aber was sagst du so? Lernst mal, lernst mal. Ja, sprech mal lauter, ich höre nichts. Ich kann nicht schreien, wenn du willst, können wir so reden. Wenn nicht, dann alles Gute. Ja, dann alles Gute. Ja, aber ich kann nicht schreien, ich hab viele Mitarbeiter hier. Ach, ich dachte, ihr seid kein Callcenter. Und dann, äh, das bedeutet also nur, dass wir so sind, oder? Wie du das sagst. Na, ihr seid ein Callcenter, ja. Wenn da mehrere Leute in einem Raum sitzen, das ist die Definition von Callcenter, wenn die alle telefonieren. Wenn ich fragen darf. Du bist bestimmt so ein, wie kann ich das sagen, so deutsch. Äh, ein Staatsanwalt oder was kann ich sagen, so. Du bist nicht so ein normaler Mensch, oder? Warum ist ein Staatsanwalt kein normaler Mensch? Erklär mir das bitte. Arbeitest du bei der CIA? Nö, die CIA gibt's in Deutschland nicht. Es gibt, aber die Menschen kennen das nicht, ja? Ja, zumindest sind die von Deutschland nicht, die CIA, ja. Die heißen anders, das ist der BND, aber okay. Alles versteckt. Ja, das ist ja bei uns der BND. Bei uns heißt der BND ist der Geheimdienst, nicht die CIA. Die CIA ist aus Amerika. Okay, siehst du, dass, also du arbeitest bei dem, oder? Ich kann das nicht, wenn ich stimme, ja? Ich arbeite mit verschiedenen Menschen immer wieder und ich kann sofort merken, ob du ein normaler Mensch bist, du arbeitest bei der Kriminalpolizei oder was weiß ich. Wenn man bei der Kriminalpolizei arbeitet, ist man kein normaler Mensch? Nein, kein normaler Mensch. Ein normaler Mensch arbeitet einen normalen Job. Ja, aber was ist denn an der Kriminalpolizei nicht normal? Nicht normal, weil es gibt Menschen, die betrügen, es gibt Menschen, die arbeiten nur mit Geld. Versucht der mir jetzt hier ernsthaft irgendwie glaubhaft zu schildern, dass unser Staatsapparat und, ja, alles was mit Sicherheit, ja, Inlandssicherheit zu tun hat, keine normalen Menschen sind? Hm, tja, irgendwas scheint bei denen im Land irgendwie so richtig gegen einen Baum zu fahren. Stehst du? Und die kleinen Menschen wissen das nicht, aber die großen wissen das. Und deswegen weiß ich, was du arbeitest oder was die arbeiten oder was die machen, ja? Weil du kannst nicht vorstellen, was für ein Mensch bin. Zum Beispiel, du kannst nur in deinen Träumen vorstellen. Und ich gebe dir mein Ehrenwort. Weil du redest, du redest so mit einem guten Akzent, also gutem deutschen Akzent, ich frage ich das, weil die Menschen, die so reden, sind zum Beispiel bei der Hauptpolizei oder Hauptkommissar oder was weiß ich, oder ein Agent, ein gestärztes Agent, verstehst du? Aha. Aha, ja, jetzt redest du. Ja, was soll ich erzählen? Erzähl etwas, was arbeitest du, was machst du? Ich denke mal, das tut hier nichts zur Sache, was ich beruflich mache. Das tut mir zur Sache, weil ich will dir helfen, Mann. Ich will dir Geld machen, verstehst du? Weil ich habe die Möglichkeit, dass du Geld machen kannst. Das klingt aber wirklich unfassbar vielversprechend und höchst seriös, dass er die Möglichkeiten hat, dass er mehr Geld machen kann. Das ist mir auch neu. Und vor allem finde ich es ja echt witzig, dass er dem Anschein nach ganz genau weiß, was ich beruflich mache. Ja, tja, sehr interessant. Nur weil er jetzt nicht fließend Deutsch sprechen kann und ich zumindest ein bisschen besser Deutsch kann als er, ist er der Meinung, ich arbeite also bei der CIA. Ja, ey. Okay, ich meine, ja, kann man so, wenn er das so meint, ja. Und wozu brauche ich das? Du brauchst zum Beispiel, weil jeder heutzutage Geld braucht. Du kannst zum Beispiel... Ja, ich sag mal, wenn man einen anständigen Job hat, dann kriegt man ja da schon genug. Wie viel kriegst du im Monat? 10.000, oder? Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was dich das jetzt hier schon wieder angeht. Bestimmt kriegst du so 10.000 oder 15.000, weil ein guter Agent kriegt ungefähr so bis 20.000. Ja, und weiter? Ja, weiter. Hast du Erfahrungen an dem Training suchen, wenn ich fragen darf? Nö. Nö. Sag die Wahrheit, weil du hast Erfahrung, ja? Weil zum Beispiel niemand weiß zum Beispiel, wo ich arbeite oder woher ich arbeite. Also du hast sofort gesagt, ja, ja, du arbeitest hier im Callcenter, oder was weiß ich. Naja, die Definition von mehreren Menschen in einem Raum, die telefonieren, ist Callcenter. Nein, du meinst das, aber das ist nicht so. Na dann, wie heißt das dann? BS4 Trade. Online Trading, Online Hand. Nö, das ist die Firma, aber die Leute, die anrufen, arbeiten in einem Callcenter. Nein, 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 das ist kein, wie du das nennen soll. Ich kann das nicht nennen, weil es ist so feinlich, dass du mir so runterfällst. Stelst du? Ich bin so ein Typ. Ich arbeite sehr höchst, ich mache das seit 15 Jahren. Und wenn ich etwas sage, dann weiß ich, was ich sage, ja? Also klingt irgendwie nicht so. Also bei dir klingt das nicht, aber bei anderen klingt das sehr gut. Du bist, äh, wenn ich fragen darf, wie alt bist du? Dann geht dich auch nichts an. Weil ich bin 41, und du? Jetzt geht dich nichts an. Bestimmt so 51 oder 52. So, kommt schon hin. Ich kenne mein Wort, weil ich kenne sonst Leute, ja, keine nur, sondern okay. Weil, äh, das ist nicht so gut. Also verstehen Sie, in Deutschland ist das, klingt das nicht so gut. Aber bei irgendjemand anders, bei einem anderen Land, scheiß los. So, was sollen wir jetzt machen? Ich soll jetzt, bei uns investierst du, und ich zeige dir, was steht, wie man mit Kriptowährung Geld machen kann. Na, dann zeig mal. Also, du hast noch nie Erfahrung mit Online-Trading, ja? Mhm. Also bei uns hast du die Möglichkeit, mit 250 zu investieren. Du bekommst 300 Euro Bonus. Jedes Zeit, wenn du willst, kannst du sofort eine Ausnahme machen, als der Beweis, dass wir eine seriöse Firma sind. Wenn nicht, dann kannst du dein Geld nehmen und alles Gute. Naja, aber du verstehst die Logik an dem, was du gerade erzählt hast. Wenn ich mein Geld nicht bekomme, dann kann ich mein Geld also nehmen und dann alles Gute. Also, wenn ich mein Geld nicht bekomme, wie soll ich es dann bekommen? Ja, und das ist, was die Abzocker immer irgendwie weglassen. Man kann natürlich sein Geld da einzahlen. Und, ja, meinetwegen gibt es auch irgendeine angebliche Probezeit. Nur, was nützt mir die Probezeit? Und was nützt es mir, das herauszufinden, ob es eine seriöse oder eine unseriöse Firma ist, wenn ich die dann nicht mehr erreiche und auch nicht mehr an mein Geld rankomme? Und die Auszahlenfunktion einfach nicht funktioniert. Wie soll das bitteschön gehen? Also, man kann jemanden nur überzeugen, wenn man irgendwelche Lizenzen hat. Wenn man ein großes Unternehmen ist. Wenn man, ja, einen gewissen Background hat und, ja, man der Firma eben vertraut. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung, Google. Ich meine, wir wissen alle, was Google da so machen oder so macht. Und auch, was Amazon zum Beispiel so alles macht. Nebenbei. Naja, aber man vertraut denen halt grundsätzlich. Auch wenn man vielleicht denen zu viel sogar schon fast einvertraut. Aber da weiß ich, was mir passiert, wenn ich da hingehe und da einkaufe oder auf Google irgendwas suche. Ist mir ganz klar, dass ich hinterher die Seidenstrümpfchen dann bei Facebook in der Werbung habe. Das ist logisch. Aber bei der Firma, die kenne ich nicht. Von denen habe ich noch nicht gehört. Außer negativ. Tja, und da soll ich mein Geld einzahlen und ich soll es mal probieren. Und, ja, andere erzählen ja hier von Probezeit. Und dann kann ich angeblich mein Geld wieder zurückholen. Ja, eben genau das geht nicht. Das Geld, was man da einzahlt, ist eine Einbahnstraße. Man kann es nicht zurückholen. Weil letztendlich entscheiden immer noch die, ob sie was auszahlen oder nicht. Naja, und wenn sie das nicht wollen, weil sie das Geld behalten wollen. Ich meine, was ist sonst der Grund dieses Anrufs? Es ergibt ja gar keinen Sinn. Das kostet ja auch alles Geld, wenn die mich anrufen. Und wegen 5% oder 1%, was sie da mitverdienen würden beim Traden, dafür kann man kein ganzes Callcenter unterhalten. Dazu braucht es ja tausende Kunden. Ja, und dann wären wir ja alle Multimillionäre, wenn wir da unser Geld gewinnbringend reininvestieren würden. Also, es ist ja kompletter Blödsinn. Irgendjemand muss auf dem Finanzmarkt immer der Verlierer sein. Naja, und dadurch, dass das hier sowieso nur vorgetäuschter Finanzmarkt ist, seid ihr definitiv die Verlierer, ohne an der Börse irgendwie zu spekulieren. Wenn man an der Börse im echten Leben spekuliert, ja, auch da kann eure Kohle weg sein. Bei den seriösesten Firmen. Weil letztendlich ist es hoch spekulativ. Die Chance ist so Pi mal Daumen 50 zu 50. Entweder man kriegt was raus oder man hat seine Kohle verloren, die man da reingesteckt hat. Und je nachdem, wie viel man denn investiert, ist alles weg oder nur ein Teil. Naja, und tatsächlich ist das, auch wenn andere oder viele von euch vielleicht sogar anderer Meinung sind, für mich ist das fast wie, ja, wie Glücksspiel. Denn, klar, man kann sich Wissen aneignen und dann eine Strategie entwickeln und die kann erfolgreich sein. Kann aber auch noch hinten losgehen, weil letztendlich der Markt kann anders verlaufen, als ihr das vorausgeplant habt. Ja, und das ist für mich so ähnlich wie Glücksspiel. Nicht absolut das Gleiche, das stimmt. Ja, aber die Kohle kann trotzdem weg sein. Und genau so ist es eben auch beim Zocken, wenn ich auf Pferde wette. Dann habe ich halt eine prozentuale Chance, dass ich gewinne. Beim Lotto genau. Genau das Gleiche. Eins zu wie viel Millionen? Also, mag sein, dass die Chance auf dem echten Handelsmarkt etwas höher ist, als bei Gewinnspielen. Weil letztendlich 50-50. Man kann gewinnen, man kann halt auch verlieren. Aber bei denen, da habe ich nicht mal eine 50-50-Chance. Bei denen ist das Geld einfach sofort weg. Weil ich überweise es auf deren Konto und nicht auf mein Handelskonto. Ich erzähle das. Das ist eine gute Frage. Wenn du eine Woche nicht gutes Geld verdienst, du kannst dieses Geld austauschen lassen. Du kannst sagen, alles Gute und schön sagen. Ich will nicht mit dir oder mit deiner Firma zu tun haben. Und einmal in der Woche rufen wir dich, weil unsere Sache ist so. Einmal in der Woche ist genug, jemanden anzurufen, der online tätig macht. Weil das ist so mit unserem Gesetz. Wir haben etwas, was wir die anderen nicht haben. Und dann einmal in der Woche rufen wir dich. Du beschwammst ein Sicherheitsgut. Das bedeutet, wir lassen einen Namen oder ein Nummer. Du kannst einfach wieder reingehen, gucken, wie wir Geld profitieren. Wie die Profite hochgehen, wie die Profite runtergehen. Verstehst du? Weil du musst das aufsehen, nicht nur ich. Weil das ist ein Account. Ja, kann sein, dass ich dann nach der Einzahlung sehen werde, wie die Kurse rauf und runter gehen. Und wie ich Profite mache. Tja, aber das Ganze kann man ganz einfach mit einem Demokonto simulieren. Und, naja, diese Demokonten, die gibt es auch bei seriösen Firmen. Und auch da kann ich Gewinne machen oder eben auch verlieren. Naja, und mehr wird es hier auf dieser Webseite einfach nicht sein. Ich bekomme ein Demokonto und dann lassen sie dem ganzen Spaß ihren Lauf. Mehr ist es nicht. Und das Geld ist schon lange weg. Und ihr denkt, ihr könnt damit spekulieren. Wenn man sich bei einer normalen Firma anmeldet, dann kriegt man meistens so 1.000, 10.000 oder 100.000 Euro Demospielgeld zum Ausprobieren. Hier überweist ihr zum Beispiel eure 250 Euro. Und die werden dann dafür benutzt, virtuell, also als Demo, am echten Handelsmarkt. Ja, also man kann die Demo so simulieren, als würde das jetzt tatsächlich auf dem echten Handelsmarkt sein. Dazu muss man ja nur den echten Handelsmarkt nehmen und das Demogeld darüber kopieren. Und dann simulieren, was damit passieren würde, wenn man das investiert. Und genau das kriegt ihr hier angezeigt. Mehr ist es nicht. Es ist nur das Demokonto. Ja, und die Kohle, die ist schon lange, 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 lange weg. Also die sieht man nicht mehr. Die kann man auch nicht mehr zurückholen. Die vergammelt nicht auf irgendeinem Konto. Die hortet keiner. Die hortet nur derjenige, dessen Privatkonto das dann nachher zum Schluss geht. Das Firmenkonto, wo ihr zuerst überweist, das sind alles nur Mittelskunden. Die Konten sind weg, wenn die Polizei kommt. Und da kriegt ihr nichts wieder. Also wenn man Glück hat, werden irgendwelche Konten noch rechtzeitig eingefroren. Ja, aber wie hoch ist die Chance, dass die Polizei das Ganze hier hops nimmt, nachdem ich gerade mein Geld eingezahlt habe? Das muss ja quasi unmittelbar sofort danach passieren. Ansonsten ist das Geld schon lange irgendwo hingeschafft, wo man das nie wieder zurückverfolgen kann. Und wenn ich zum Beispiel innerhalb einer Woche nicht, die zum Beispiel 1.500 Euro Profite mache, du kannst sofort aufstehen lassen und du kannst sagen, Herr Dennis, verpiss dich mal, was ich für mich mit dir zu tun habe. Aber wenn du zum Beispiel innerhalb einer Woche 1.500 Euro oder 2.000 Euro Geld machst, dann wirst du sagen, Herr Dennis, komm, ich lade dich ein, ich bin ein Glas Kaffee oder Bier, was weiß ich. Ganz genau, wenn bei eurer Hausbank mal irgendwas nicht läuft, dann sagt ihr zu eurem Kundenberater, Kundenberater, komm, verpiss dich. Logisch, das sagt man immer zu seinen Kundenberatern überall. Ist doch ganz klar. Ich meine, wenn mein Telekom-Anschluss nicht funktioniert, dann rufe ich da auch an und sage, komm, verpiss dich. Ganz logisch. Also, als würde man immer so miteinander umgehen, wenn man dann irgendwie miteinander nicht zufrieden ist. Tja. Es klingt sehr überzeugend hier, das Gespräch. Hauptsache, du bist zufrieden, weil der erste Mensch ist, du verdienst Geld, ich verdiene Geld. Weil wenn du verlierst, verdiene ich auch. Und deswegen mein Interesse ist, hier reinzudringen, wenn du verdienst, verdiene ich auch. Und das ist das Gute. Also, der Chef ist der Dritte, der Geld verdient. Kaffee trinkt man übrigens nicht aus einem Glas, sondern aus einer Tasse. Okay. Das ist egal. Hauptsache, du bist zufrieden. Verstehst du, ob du mich einladest oder nicht, das ist dein Interesse. Ich will nur, dass du mir zum Beispiel, wenn du morgen oder übermorgen Kaufland läst oder in Netto oder in diesem, du zum Beispiel grüßen, Hallo, Herr Benni, wie geht's? Nicht zum Beispiel Kopf runter und mich grüßen. Verstehst du, was ich meine? Herr Katze. Interessante Theorie. So, und wer garantiert mir jetzt, dass ich meine Kohle da wieder auszahlen kann? Äh, kannst du wiederholen nochmal? Ich hab dich nicht gehört. Ja, wer garantiert mir denn, dass ich meine Kohle bei euch wieder auszahlen kann? Also, ich garantiere das. Ich kann das per E-Mail-Schrift schicken und meine Firma. Auch innerhalb zwei, drei Tagen. Wenn wir nicht zum Beispiel Geld machen können oder was Profite machen, wenn du kannst, sofort auszahlen lassen und das Geld, dass wir den Bonus dir geben, du kannst das auch nehmen und schickt auch noch. Aber wenn du zum Beispiel zufrieden bist, warum nicht zum Beispiel Geld innerhalb einer Woche 1.500 Euro oder 1.000 Euro zu machen, ist eine Menge Geld. Das heißt, die Menschen, die arbeiten jedes Monat für 1.000 Euro. Ist das so oder bin ich schwarz? Ich hab Menschen, die arbeiten für 900 Euro, 800 Euro in Deutschland und er muss Miete bezahlen, 400 Euro, 50 oder 60 Euro muss er Strom zahlen, Wasser, Essen. Also ich weiß ja nicht, wo der herkommt, aber klar, es gibt Einzelfälle, die 900 Euro verdienen in Deutschland. Ja, das kann alles sein, aber grundsätzlich liegt der Mindestlohn ja schon bei 9 Euro, fast 10 Euro. Ich weiß es nicht. Naja, also ich meine mal davon abgesehen, dass das wirklich, also tatsächlich viel zu wenig ist. Aber man bekommt, beim Mindestlohn lagert mich nicht drauf fest, wenn es nicht heute so ist, dann ist es später irgendwann. Da steigt ja doch schon prozentual, auch wenn es viel zu wenig ist. Aber der Mindestlohn liegt doch so bummelig zwischen 1.200 und 1.300 Euro, die man da ausgezahlt bekommt. Also nichts mit 900 Euro. Klar, wenn man in solchen illegalen Callzentren arbeitet, dann kann das schon mal sein, dass man da nur 6 Stunden arbeitet und deswegen die 900 Euro nur hat. Dann greift das natürlich nicht, aber bei 8 Stunden jeden Tag seid ihr so bei 1.200, 1.300 irgendwie so bummelig. Tja, also was will ich mir jetzt eigentlich erzählen? Schon alleine auch mit der Miete, 400 Euro, das ist ja ein Traum. Also gibt es sowas noch? Also weiß ich nicht. Das, äh, keine Ahnung, wo der herkommt und woher der diese Summen hat und was man so viel Geld im Leben braucht. Aber ich bin immer der Meinung, unter 1.500 Euro ist das Leben echt schon echt grenzwertig und nicht wirklich, naja, viel hat man da dann nicht als Geld oder vom Geld. Auf jeden Fall nicht, wenn man zur Miete irgendwo wohnt. Ich meine, wenn man ein Haus vielleicht geerbt hat, das ist super in Schuss, man muss nichts dran machen, dann ist es eine Menge Geld, wenn man das dann quasi rumliegen hat. Aber, äh, ansonsten, ich meine, stellen wir uns doch mal Jugendliche vor, wie die heute starten müssen. Mit ein bisschen Ausbildungsgeld, wenn man Pech hat, kriegt man nicht mal irgendwie BAföG oder so. Das ist natürlich dann schon wenig Geld, was man da hat. Aber wenn man ganz normal arbeiten geht, hm, wie gesagt, zu wenig ist es immer, aber, äh, die Zahlen, die mir der Typ hier nennt, die hauen vorn und hinten nicht hin. Verstehst du? Ja, aber dann arbeiten die Leute aber auch keine acht Stunden am Tag. Ja, ich kann das nicht wissen, aber ich will nur ein Beispiel, ein kleines Beispiel. Also, bei uns gibt es sowas wie den Mindestlohn. Das heißt, äh, unter 1300 Euro geht gar nicht. Also, nur wenn ich dann weniger als acht Stunden am Tag arbeite, dann würde das gehen, ja, aber dann hat man in der Regel zwei Jobs. 1300 Euro im Monat. Das ist das absolute Minimum, was man in Deutschland bekommt, ja. Also, äh, es gibt mehr, oder? Als 1300 Euro. Also, das kleinste ist 1300 Euro. Ja, das ist das kleinste, genau. Okay, das ist super, also, aber in Deutschland, ob du glaubst oder nicht, mit 1400 Euro oder 2000 Euro kann man nicht leben. Ja, das ist mir bewusst, dass man davon kaum leben kann, ja. Aber ich hab mal eine andere Frage, einen kleinen Moment, hier. Hallo? Ja? Warum geht denn eure Rufnummer nicht? Es geht nicht, weil ich selbst und ich hab auch viele Kunden am Start, deswegen kann man uns nicht mehr erreichen. Wenn du bloß per E-Mail verfasst, dann schau dir das. Ganz, ganz logisch, weil er so viele Kunden am Start hat, deswegen geht es nicht. Aber dass es da sowas wie eine gesetzliche Vorschrift gibt, dass eine Hotline-Rufnummer, die euch anruft, immer zurückrufbar sein muss und sei es nur, dass da irgendeine Warteschleife rangeht und man dann, ja, in den ganz normalen Empfangseingangsbereich dann durchgeschleust wird, ja, das ist ihm irgendwie entgangen, dass das wohl Pflicht ist, ne? Du weißt aber schon, dass das illegal ist? Das ist nicht illegal. Doch, das nennt man Spoofing. Das ist legal. Ne. Verstehst du legal, was das bedeutet? Jaja, ich verstehe das schon ganz gut, was das bedeutet, aber es ist illegal, dass man eure Rufnummer nicht zurückrufen kann. Es ist verpflichtend in Deutschland, dass ich eure Rufnummer zurückrufen kann. Also in Deutschland meinst du das? Ja. Aber nur in paar Städten, so ein paar. Ne, nicht nur ein paar Städte, sondern in ganz Deutschland. In ganz Deutschland. Okay, okay, das ist deine Entscheidung, Herr Katze. Wenn du willst, können wir das machen. Wenn ich, das ist dein Interesse, das machst du nicht. Ja, was soll ich mit einer Firma, die ich nicht mal zurückrufen kann? Ach, glaub mir, Herr Katze, weil ich weiß, du bist, du versuchst sehr viel rauszufinden, um etwas zu machen, aber das kriegst du nie mehr hin. Wenn du zum Beispiel investieren willst, das mit deinen eigenen Augen sehen kannst, du kannst das machen. Aber wenn du etwas herausfinden willst, das kannst du nie in deinem Leben machen. Mit mir nicht, mit irgendjemand anders, okay. Aber mit mir kannst du keine Chance. Verstehst du? Nicht ein Prozent kannst du das machen. Wenn du willst, ich gebe dir die Möglichkeit, du investierst, weil mit 250 Euro das ist, ich kann nur ein Cola kaufen mit deinem Geld. Verstehst du? Weil ich bekomme mehr im Monat mit dieses kann ich nur zum Beispiel, wenn ich jetzt rausgehe, kann ich nur einen Kaffee trinken und schon da noch. Weil das ist überhaupt gar kein Geld für mich oder für meinen Chef oder meine Firma. Weil es gibt Menschen und du glaubst oder nicht, die zahlen 70.000, 60.000. Verstehst du? Doch, tragischerweise habe ich sowas in den Nachrichten gehört, ja. Ja. Weißt du, dass wir alle berichten, die so viel Geld einfallen? Die landen alle bei uns in Deutschland im Fernsehen in den Abendnachrichten und erzählen von eurer Story. Wie, wie nochmal bitte? Ja. Kannst du es wiederholen? Ja, ja. Die Leute, die es hören sollen, haben es gehört. Kannst du das wiederholen nochmal? Ich will das nur einmal wiederhören. Ihr seid nichts anderes als Betrüger und Abzocker. Willst du dir nicht mal einen vernünftigen Job suchen? Nein, das mache ich immer in meinem ganzen Leben. Das ist traurig. Ja, ich will nur etwas sagen, dann kannst du was machen. Zum Beispiel, ich kann dir auch nicht sagen, lass den Job und mache irgendwas anderes. Gehe zum Beispiel einen verkaufen oder mache irgendwas Business, weil das liegt in meinem Herz. Ich mache das immer in meinem ganzen Leben. Das ist aber wirklich traurig, dass du die Leute bescheidst. Das ist traurig, weil ich will Geld, ich will mein Leben genießen und ich will nicht zum Beispiel für tausend Euro arbeiten und immer wieder es, wie kann ich das in Deutschland nennen, halb vier oder was weiß ich in meinem Leben lassen. Zum Beispiel, wenn ich dich zum Beispiel mit einem Vorstehe, warum soll ich das nicht machen auch zum Beispiel? Weil ich kann das auch nicht wissen, was du machst. Ja, aber ihr beklaut die Leute. Es ist Diebstahl. Es ist Betrug. Nach deutschem Recht machst du dich hier gerade sogar selbst strafbar. Das liegt so in dein A, also in dein Verhöhung, aber es ist so. Naja doch, es ist so, das liegt ja auf der Hand. Keine Chance, man. Warum seid ihr dann nicht zurückrufbar? Warum geht eure Telefonnummer nicht? Ich will zum Beispiel, wenn mein Monat kommt, ich will 15.000, 20.000 Euro bekommen und nicht 1.000. dafür kann man aber auch normal arbeiten gehen für das Geld. Braucht man halt nur einen dementsprechenden Job, ne? Für 20.000 Euro nie in deinem Leben. Nur der Chef bekommt das. Ja, dann werd's zum Chef und dann ist okay, oder nicht? Aber normalerweise arbeiten auch zum Beispiel auch nicht ein Ingenieur bekommt das. Ja gut, aber dafür muss man dann auch studiert haben, ne? Also studieren, aber ich weiß nicht, der jemand 20.000 oder 30.000 Euro bekommt. Findest du mir einen Job, ich lasse diesen Job. Ja, du wirst das garantiert auch nicht verdienen, so viel. Das ist übertrieben, nicht mal als Betrüger. Ich meine, so viel werden die dir freiwillig nicht abgeben. Ich will jetzt was sagen, dann kurz. Findest du mir einen Job, der mir 20.000 im Monat geht, ich lasse den Job sofort. Naja, ich dachte, man kann bei euch so viel monatlich verdienen. Versuchst du mir doch hier gerade zu erklären. Dann investier doch da dein Geld. Warum gehst du überhaupt noch arbeiten? Warum telefonieren wir überhaupt noch? Du hättest doch deine ganze Kohle investieren können. Nein, ich mach das selber, ob du glaubst oder nicht. Ich hab meine halbe Million mit dem Unternehmen gemacht. Ja, genau. Und jetzt hab ich meinen Lohn bekommen. Ja, aber wozu brauchst du deinen Lohn noch, wenn du da dein Geld rein investieren kannst? Dann brauchst du doch nicht telefonieren, so was armseliges. Warum denn zum Beispiel wenn jemand eine Million hat, warum nicht zwei Millionen machen? Ja, aber doch nicht am Telefon. Dann investier doch da weiter dein Geld rein und dann hast du doch schnell deine 2 Millionen. Dann verstehe ich nicht, warum du noch arbeiten gehen musst. Das ist doch absolut unlogisch. In deinem Kopf klingt das doch. In meinem Kopf nein. Leute, schreibt's mal in die Kommentare. Wer von uns beiden ist schlauer? Wenn du zum Beispiel jetzt 2.000 Euro kriegst und du bist so sehr fried mit das ist eine Sache. Aber ich bin immer mehr. Ich will immer wieder Urlaub machen. dann brauchst du doch da nur rein investieren und brauchst nicht telefonieren. Ich brauche weil nicht 15.000 20.000 nur zum Telefonieren. Ach doch Quatsch. Das ist doch absoluter Bullshit. Das ist doch Blödsinn. Okay, das ging in deine Ohne, aber du weißt überhaupt gar nichts. Wenn du machen willst, mach, wenn nicht, dann alles gut weg. Also das Einzeste was man bei euch für eine Möglichkeit hat, ist euch das Geld zu überweisen und dann ist es weg. Mehr passiert nicht. Du hast sowieso wahrscheinlich da ein Crypto-Wallet Ich will dir was sagen und dann kannst du sofort auflegen. Ihr habt dann ein Demokonto ich weiß und dann kriege ich noch einen Anruf von dem nächsten Schauspieler der dann noch mehr Geld aus mir raus kitzeln will. Das ist richtig. Ich will nur was sagen ob du machst oder ist ist mir scheiß egal. Ich finde nur das eine Chance Wenn du schlau bist weil du redest mach das ich gebe dir mein Ehrenwort weil wenn du ein Mann bist 42 Euro ist nicht die Weltuntergang mach das wenn nicht alles Gute Tschüss Amigo Wenn du ein Mann bist aber du bist kein Mann also ich sage so auf deutsch wenn du Eier hast dann mach das wenn nicht dann lass in dein Job arbeite ruhig wenn jemand sich an wenn jemand ihn anruft wenn du zum Beispiel Erfolg hast mit dem etwas Gott bin ich froh dass wir über diese Zivilisationsphase schon drüber hinaus sind so zu sprechen also das ist meine Arbeit du redest auch nicht vernünftig mit mir und deswegen mache ich das und du also nochmal du wirst dir vorgeben du rufst von einem Finanzunternehmen an und unterhält dich mit mir eigentlich als wirst du gerade aus der Grundschule entlassen worden also mein zweites Job ist also Psychologe natürlich ja genau und deswegen kann ich das herausfinden was du herausfinden ist aber nie in dein Leben verstehst du das kannst du nie machen ob du zum Beispiel irgend jemand arbeitest ist mir scheiße egal mit wem aber weißt du aber du kannst das nie machen in dein Leben nicht nicht okay mach das wenn ein Dummkopf bei dir kommt und alles erzählt herausfindest ich gebe dir 5.000 Euro geschenkt okay wenn du schlau bist wenn du Eier hast mach die 250 Euro bei mir wenn du zum Beispiel nicht zufrieden bist du bekommst dein Geld automatisch das ist alles blödsinn was du erzählst da ist nichts von wahr da ist nicht mal ein kleiner Wahrheit Teil dran du kannst nicht herausfinden weil wenn du investieren willst wenn du etwas großes herausfinden willst dann muss man ein bisschen rettieren verstehst du du kannst nicht sofort alles wissen alles herausfinden du musst immer schwimmen 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 und dann kannst du zum Beispiel bei der richtige Position kommen du musst immer notieren immer Fußball spielen wenn du das schießt einmal und dann kriegst du diese Chance ok ok sehr ehrlich checkerz hast du das alles aufgenommen na natürlich ja ich weiß das ich höre das weil meine Stimme redet immer wieder, so ich schreibe es nicht. Und deswegen redest du. Und kein n, sondern okay, ja? Weißt du, kannst du etwas sagen? Rede nur, weil du willst nur meine Stimme hören. Ja, ich denke mal, das ist aussagekräftig genug gewesen, was du uns hier so erzählt hast. Und wenn ich fragen darf, was machst du mit dieser Aufnahme? Tja. Bestimmt gehst du irgendwo im Internet laufen, oder? Mit meiner Stimme rumspielen. Wer weiß? Ich kann das merken, ich weiß das. Es hat einen Freund so, er hat das gemacht und die ganze Welt weiß von ihnen. Aber mit ihr niemals. Ich geh dir mal neben und da kannst du mich niemals machen. Klar, ich drück einfach auf Upload und schon ist das Ding gegessen. Also... Okay, wir würden sehen, wer schlag ist. Und du oder ich? Naja, das könnt ihr mir ja alle mal in die Kommentare schreiben, wer schlauer von uns beiden war. Kannst dich ja gern daran beteiligen an der Diskussion. Okay, wann würdest du diese so in den Internet schreiben? Ich muss das sehen. Ich muss das hören. Also noch nicht. Also ich denke mal, jetzt bin ich so momentan bei uns immer. Ich muss jetzt noch 29 Uploads habe ich noch vor mir. Dann kommt dazu noch die Infovideos. Also es wird noch ein Weilchen dauern. Kann ich jetzt nicht so spontan sagen, aber wir sind in der Serie schon in der Vorproduktion schon ganz gut. Ja, damit es auch jeden Tag wirklich ein neues Video gibt. Es finden sich auf jeden Fall immer wieder genug Leute, die hier anrufen. Aber du kannst nie in deinem Leben etwas herausfinden. Ich geb immer in Ehrenwort. Tja, wenn du wüsstest, auf welchem Wissensstand wir hier auf diesem Kanal schon sind, dann... Tja... Ich weiß, auf welchem Kanal. Ich kann das merken, weil wenn ich zum Beispiel mit einem normalen Menschen rede, ich weiß, wer redet. Aber du wüsst zum Beispiel irgendwo bei der Polizei oder einer gern irgendwas bist du. Aber scheißegal, Mann. Scheißegal. Und kein Mh, sondern okay. Weil du bist schlau als mich, aber du kannst das nicht machen. Ich geb dir mein Wort. Naja, dann werden wir das hier sehen. Ich leg mal auf, ja. Weil ich hab keine Zeit mit dir zu reden. Ach, auf einmal. War doch grad so schön. Wir haben doch jetzt hier schon fast eine halbe Stunde rum. Es war die Stunde, aber du legst alles aufhören. Hm. Ja, die Leute wollen hier auch unterhalten werden. Deswegen. Also, es war doch sehr unterhaltsam, was du uns hier erzählt hast. Auf jeden Fall zum Lachen. Könntest Comedy machen. Wirklich. Herr Katze, wenn du investieren willst, okay. Wenn nicht, dann schön dachten. Ich hab keine Zeit. Also meine Zeit kostet Geld. Tudelü. Ja? Ja? Willst du investieren, ja oder nein? Vielleicht. 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 Ich weiß, weißt du wann. Wenn der Weihnachtsmann kommt, bestimmt dann machst du die Einzahlung, oder? Das kann sein, ja. Ja, ich versteh dich. Okay, wir hören uns nochmal. Ja, ich such dich nochmal straight, aber du nehmst auch bestimmt die Aufnahme, ja? Mhm. Die ganze Welt zeigen, was du mit dem Herr Thomas Stein geredet hast. Mhm. Hast du nicht vergessen? Thomas Stein mein Name, ja? Ja. Das ist so echt wie das ganze Telefongespräch hier. Hast du das geschrieben? Thomas Stein. Ja, wir brauchen nicht schreiben. Das macht das mittlerweile automatisch mit den Untertiteln. Alles Gute nochmal, ja? Ja, ja. Die nicht. Oh, oh, oh. Der hält sich ja wirklich für ganz besonders intelligent. Und ja, eigentlich versucht er sich hier im Kopf und Kragen zu reden. Aber die Typen, die scheinen sich wirklich sehr, sehr sicher zu sein. Ich meine, weiß ich nicht, ob der hier das ernsthaft denkt, dass ich von irgendeinem Geheimdienst bin oder so. Aber, ähm, ja ganz ehrlich, wenn ich Dreck am Stecken hätte und hätte jetzt jemanden von einem Geheimdienst am anderen Ende des Telefons. Ich würde mir doch in der Hose scheißen, dass der nicht wirklich mehr weiß, als ich denke, was er weiß. Denn technisch ist heute alles möglich. Naja, und, ja, bleibt in der Leitung. Keine Ahnung, ob der sich wirklich sicher fühlt. Aber irgendwann wird auch hoffentlich sein Callcenter irgendwann mal gestürmt. Naja, und dann hat die Knalltüte nochmal angerufen. Hallo, guten Tag. Ich spreche mit einer Katze. Ach, ja. Thomas Steinmann. Bisschen lauter. Katze, haben Sie die Aufnahme genommen, oder? Zu leise, immer noch. Ich kann nicht schreiben. Naja, dann hört aber auch keiner was. Ah, Sie wollen die Aufnahme machen, oder? Das ist zu undeutlich. Das bringt doch nichts. Wollen Sie die Aufnahme nehmen? Mhm. Bestimmt, oder? Jaja, klar. Äh, was wollen Sie machen mit der Aufnahme? Tja. Wenn ich fragen darf. Sollen wir jetzt fertig, oder? Was wollen Sie mit der Aufnahme machen? Tja. Zeigen Sie mir. Äh. Wollen Sie die ganze Welt zeigen, oder wie ist die Sache? Mhm. Reden Sie nochmal und keinem, sondern reden Sie nochmal, Mann. Ich will auch Ihre Stimmen in der Aufnahme hören. Deswegen, verstehst du? Genau. Wo arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Sag ich nicht. In Stuttgart, München. Tja. Bayern. Köln. Berlin. Bestimmt in Berlin. Die Sachen macht man immer in Berlin, oder? Weiß ich nicht, ob man das immer in Berlin macht. Ja, ich weiß das. Ach so. Weil du willst etwas herausfinden, aber du kannst das nicht machen. Mhm. Verstehst du? Was will ich denn herausfinden? Du willst herausfinden, wo wir arbeiten, was wir machen, ob wir eine seriöse Firma sind. Na gut, das habe ich schon herausgefunden. Das haben Sie niemals gemacht. Doch. Und das kannst du auch niemals finden. Naja, doch. Du hast unseren Platz bestimmt herausgefunden, oder? Was habe ich herausgefunden? Unser Platz, wo wir arbeiten, oder? Nö, aber das brauche ich auch gar nicht, weil ich weiß, dass der ganze Anruf halt illegal ist. Es fängt ja schon damit an, dass keine Genehmigung dazu existiert, mich anzurufen. Denn in Deutschland braucht man einen Double-Opt-In. Wir rufen uns von Tokio. Ja, das spielt ja keine Rolle. Das muss man sich ja trotzdem an deutsches Gesetz halten. Von Afrika. Oder New York. Das spielt auch keine Rolle. Man muss sich trotzdem an deutsches Gesetz halten, wenn man nach Deutschland telefoniert. Okay, aber Sie halten sich nicht auf deutsches Gesetz. Ja, Sie reden so vernünftig. Verstehen Sie? Sie wollen etwas herausfinden. Sie wollen nur, dass ich rede. Sie wollen sie nicht, oder? Wir haben ja schon rausgefunden. Eure Rufnummer ist nicht rückrufbar. Das ist schon illegal. Also wir haben schon zwei Punkte, die illegal sind. Also, das ist super. Ja. Es freut mich, dass du das herausgefunden hast. Mhm. Aber etwas anderes kannst du nicht machen. Mhm. Okay? Hörst du mich? Ja, ja. Schönen Tag noch. Ja. Ja. Ja, der nicht. Wirklich absolut unverständlich. Was wollte der hier eigentlich genau erreichen mit diesem Anruf? Im Grunde genommen hat er doch nur seine eigene Zeit die ganze Zeit verschwendet. Denn irgendwie einen Sinn oder, weiß ich nicht, einen höheren Wert von diesem Anruf habe ich jetzt wirklich nicht mitgenommen. Und, dass er Betrüger ist, ja, dazu hätten wir ihn jetzt nicht nochmal gebraucht, um das rauszufinden. Das haben wir auch im ersten Gespräch irgendwie klargestellt bekommen. Und, naja, also so wie er reagiert hat und so wie er spricht, es ist der größte Beweis. Also mehr braucht man, glaube ich, auch gar nicht als Beweis, um ihn als Betrüger zu entlarven. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Die Betrüger selbst halten sich ja schließlich nicht für Betrüger. Keine Ahnung, warum die da so einen Wert drauf legen, nicht als Betrüger betitelt zu werden. Aber letztendlich sind sie ja nun mal nichts anderes als Betrüger. Tja. Langer Sinn und kurze Rede. Ähm, tja. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer ein kleines bisschen gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ja, den Abo-Button, den solltet ihr natürlich auch nicht vergessen, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch keine weiteren von den neuen Videos mehr. Jetzt seht ihr hier noch die Playlist mit allem anderen, was so auf diesem Kanal schon gelaufen ist. Und ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.